Hey, ich freue mich, dass du dich für mein Hörbuch Magic Handpan interessierst. Ich bin Juliane Mangold und so sehe ich aus, wenn ich hier im Raum Stuttgart im Wald Handpan spiele, was ich natürlich nicht so oft mache, wie bei meinen Kursen in der betrieblichen Gesundheitsförderung mittags in verschiedenen Firmen zur achtsamen Mittagspause und auch bei den Workshops zum Thema Psychohygiene und Burnoutprävention kommt sie zum Einsatz, aber am allerhäufigsten bei meinen Meditationskursen, die ich auch in den Firmen gebe, mittags und nachmittags und abends in verschiedenen Studios. Ein Hörbuch über Handpan, wie kann das aussehen? Hier der Tracklist, siehst du, die ersten drei Tracks sind gesprochenes Wort von mir mit verschiedenen Infos zu diesem Instrument und meinem Bezug dazu und die anderen fünf Tracks sind Klangmeditationen, die uns zu positiven Emotionen führen können. Ich freue mich über deine Feedback zu meinen Klangmeditationen. Vielleicht lernen wir uns mal in einem Meditationskurs kennen und dieses Hörbuch gibt es auf Audible, auf Spotify, auch auf Deezer und Thalia und vielen anderen Online-Plattformen, die es mittlerweile gibt. Jetzt hörst du einen Auszug aus dem Track Confident, Track Nummer 5. Ich gruppe die Untertitelung des ZDF, 2020